Und YouTube. Schönen Sie wieder auf der Seite zu einer Neufeute auf Fensterländer 22, 14, Nummer 0, 11. So sieht's aus. Ja, also ich würde sagen, Luki geht jetzt mal flitzen. Ja, ihr Lieben, wir suchen uns dann in der Anleitung hier schon mal das Nächste raus, wo die 11, 4 hinterlegt ist. Und wir brechen uns mal wieder die Finger. Tut mal die Tote mal. Ja, wir brechen uns mal wieder die Finger. Er hat's gesagt. Die ganzen Knoten, da brechen wir uns wieder die... Ach, ja, aber der geht, Luki. Der geht. Der ist... In Ordnung. Ich glaub, den hat der Papa zugemacht. Oder auch nicht. Ach, so. Geschafft. Guckt, da. 11. Nichts holst du raus. Wir kippen das wie jedes Mal. Dahin. So, erstmal machen wir was? Pfeifen dann machen. Wir knipsen erstmal hier wieder alles ab. Da hab ich schon alles vorbereitet. Soll ich abknipsen diesmal? Weil diesmal baust du ja zusammen. Ja. Ja? Also knipse ich ab. Ich halte die Knoten. Ne, das lass mal da liegen, das machen wir gleich. Also, auf geht's. Eins. Zwei. So, geht das dann? Nein. Nein? So, einmal. Dann hab ich das Haus geholt. Du musst schon mal den Eimer an. Den wird gleich auf. Die Martinsa-Arbeit. Ich habe das. Ich habe das. Nein, da ist die Polizei erlaubt. So. Da muss aber noch eine. Noch eine. Nee, nee, das ist ja hier. Die Teile sind das. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das muss. Also so. Nee, das musst du so hinlegen. Guck. So. Und jetzt kommt das. Moment, so. Genau. So rum dann einfach draufgelegt. So. Das muss jetzt so bleiben. So, jetzt muss man gucken. Ähm. Was ist außen und was ist innen? Nimm mal bitte. Ah, da. Zwei. Eins. Ey. Schüttel. Wo ist der hin? Was? Da ist einer rübergeflutscht. Irgendwo ist der hingeflutscht. So, guck. Ja, der wird hier vorne irgendwo gleich liegen. Irgendwo liegt der gleich. Der gucken wir jetzt nach. Hier, komm mal her. So, der muss jetzt da rein hier. Der. Zwei, oder? Nee, noch nicht. Jetzt haben wir noch einen hier. Guck mal. Was ist denn das jetzt? Wieso ist denn? Oh, nein. Was? Darf ich einmal hier dran? Ja. Aber ich hab's auch. Ab. Weil der Tante macht. Das? So. Den jetzt. Was ist denn? Den? Den? Nein, noch nicht. Den suchen wir gleich. Den jetzt. Von außen dran. Der muss da rein. In das Loch da. In der Mitte. Und dran? Jawohl. So. Hm. Jetzt legen wir uns. Also. Den legen wir jetzt erstmal da hin. Den legen wir da hin. Den. Und den. Ja. Muss natürlich aufstehen. Den legen wir jetzt daneben. Hier müssen wir gleich nochmal einmal was abmachen. Jetzt müssen wir nämlich einmal. Yay. Das ist klar. Bitte nicht. Ich wollte hier jetzt eigentlich dazu dann die. Die Feder reinlegen. Die. 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 Ich habe jetzt schon. Auf dem Boden. So. Hier. Da. Und den hier. Wieder von außen. Wir haben die ersten Räder. Ja. Die ersten Räder. Das wird heute eine ganz kurze Folge. So lange wird die Folge nicht heute. Jetzt ist es auch wieder zur Hände. Soll ich helfen? Na. Lichte. Genau. Lichte das so hin. Sehr gut. So. Dann zeige ich mal das Konstrukt. Beide Reifen. In die Kamera. Also. Ihr seht genau. Wir haben hier jetzt drei Teile. Also im Prinzip das Rote. Den Mantel. Außenrum. Plus hier hinten. Die Aufhängung. Für die Vorderreifen. Das legen wir uns jetzt an die Seite. Zu unserem Teil von gestern. So. Das auch. Und jetzt. Wir sind immer noch beim Fan. Ja. Aber das macht ja auch nichts. So. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache. Und die sagt euch der Luca. Moment. Töti Totte. Abonnieren. Töti Totte. Da könnt ihr auch deine Videos mehr verpassen. So sieht es aus meine Lieben. Und von daher. Wünschen wir euch. Einen schönen. Dritten. Aufend. Bye. Euer Deuter. Und Luca.